So, hallo und willkommen zurück. Ähm, heute ist eigentlich schon richtig viel weitergegangen. Ich hab heute 16 Parts Diner Crisis aufgenommen. Also Diner Crisis ist jetzt komplett abgeschlossen, ist fertig geworden. Ähm, vom neuen, also von meinem Kingdom Hearts, hab ich 7 Parts aufgenommen. Und ich hab heute noch vor, dass ich vom Jadecoco nur 7 bis 8 Parts oder sowas mach. Ja, jetzt werden wir zum 1.9. Spinnenwald gehen. Den Schlüssel dafür haben wir. Okay. Ähm, nur ein paar Infos zum Spinnenwald. Ähm, die Monster, was dort sind, sind eigentlich extremst cool. Und sonst sind sie ziemlich die stärksten Monster aus dem Spiel. Und, also hier sind eher so die Drachen. Zum Beispiel der lustige Kleine da. Den werden wir natürlich sofort fangen, würde ich mal fast sagen. Der ist ja richtig cool. Ähm, gut, Erde haben wir dabei. Erdangriff. Okay. Er greift mit Wasser an. Und fürs Fangen, würde ich wieder die Framerate erhöhen. Ja, tschau, tschau, schritt gleich alles wieder viel viel schneller, viel viel professioneller aus, als wenn er genau wissen, was er tut. Oh. Und er ist ausgebrochen. So ein Arsch. Aber ich glaube, wenn ich jetzt damit... Ah, genau. Geht sich aus. Super. Ich glaube, jetzt darf er da... Auf jeden Fall mir kehren. Schauen wir mal, was jetzt passiert. Ich habe mal gelesen, wenn man L1 und R1 zusammen die ganze Zeit gedrückt und dauerhaft drückt, dann fangt's das Monster sofort, also beim ersten Mal gleich. Ja, finde ich cool. Vielleicht funktioniert's vielleicht ja nicht. Ist mir eigentlich egal. Vielleicht visier ja irgendwas. Hä, unser Rang hat sie erhöht. Ey, poor Kämling. Nein, ist das nicht schön. Ähm. Was ist denn da hinten? Brauchen wir nur nicht. Da ist ein Yami. Ich hunger, hunger, will Kickelbeere geben, geben. Yummy. Kickelbeere geben. Was ist ein Kickelbeere? Schnüff, schnüff, schnüff. Was ist das? Kickelbeere? Mmh, Yami. Ah, wie süß. Nach Kalaberskraut fragen. Nach Yamu fragen. Yamu? Yamu? Großer Bruder? Ich habe ihn. Yami. Yamu? 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 Haha, wie süß. Kau. Ja, was? Weiß nicht. Was ist das? Yamu? Nein, Yamu? Nicht mehr. Nicht mehr. Schreie. Schreie. Haha. Das ist ja voll süß. Ähm. Okay, wir müssen in den Verlauf der Folgen. Na, ganz klar. Und da hinten. Oh, da ist ein Drache. So, auch ein Wasser Drache. Wen interessiert denn der? Ja, dann lassen wir den nochmal töten. Es gibt dem sicher ein ganzes Level dazu. Und auf welchen Level ist er denn? Ja, gib dem ein ganzes Level dazu. Find ich gut so. Und... Und... Antistein. Mal, die Tis irgendwas. Ja, ja. jetzt ist er bei erde da oder ja erde ist er den fang ich mal jetzt nehme luft irgendwie kommt man vor die vier werden größer weiß es auch noch von euch vielleicht irgendwer ist gerade zuschauen oder so ob die größer werden wenn man levelt ich habe nämlich keine ahnung wo also ganz speziell schmerz so gehört mir gut gut fangstufe erhöht aber naja was soll es so ist cool dieser extrem komisches fisch aber ernst davon werde immer auf jeden fall fangen weil es kann nämlich andere glaube ich zu stein machen aber ich bin mir nicht sicher ob das der da ist oder andere aber wir wollen ja auf jeden fall so liste bis sie folgen ok es ist der der kann jemanden zu stein machen also mit dem bis werden die vier zu stein wer ist vielleicht bemerkt dass mein vieh ich immer weißer wird irgendwann kann sich nicht mehr bewegen und ist tot und er trifft fast nix mehr das sind hinterlistige viecher was da in dem level drinnen sind dann okay um gute analyse gibt es ehm noch da das wieg zum beispiel das komplett weiß schon wirklich komisch ok es wird gefangen ich muss jetzt die framerate sowieso erhöhen ich habe nämlich nur noch 15 Sekunden und ja dann ist schon wieder Ende vom Part und das ist genau jetzt also tschüss der Wein bis zum nächsten Part bleibt dran